Wie weitet sich der Horizont? Wo finden wir neue Ideen? Willkommen! Willkommen zur Auszeit im Gottlieb-Duttweiler-Institut. In der Denkwerkstatt mit 50-jähriger Tradition. Willkommen im Park im Grüne. Mit Blick auf See und Alpen. Im GDI. Im Veranstaltungsort für höchste Ansprüche. Zürich? So fern und doch so nah. Nur 10 Minuten weg von der Hektik der City. Und schon in einer inspirierend anderen Welt. Hoch über Downtown Zürich. Entspannung und Konzentration für Denker und Macher. Perfekte Organisation aus einer Hand. Mit Kopf und Herz und stets mit einem Lächeln. Bei uns ist der Gast im Mittelpunkt. Bei Geschäftsretretten, Teambuilding, Konferenzen, Tagungen, Kaderschulung oder auch bei einem privaten Festessen. Elf multifunktionale Räume. Für jede Veranstaltung von passender Größe. Mit modernster Saaltechnik. Weitblick schafft Übersicht. Auf offene Horizonte. Und macht frei im Denken. Am GDI. Wo die Zukunft erdacht wird. Ob Stehapero oder Festbankett. Wir bieten Spitzengastronomie für 3 bis 300 Personen. Marktfrisch, regional und saisonal. Nach ihren Wünschen zubereitet. Und immer liebevoll angerichtet. Das Gottlieb Duttweiler Institut. Ideenräume für eine schöpferische Auszeit. Und für inspirierende Begegnungen. Lösungen finden, wo seit einem halben Jahrhundert die bedeutendsten Vordenker ein- und ausgehen. Die Langeweiler auf der Welt sind die grössten Sünder. Anstatt der Franken stellen wir den Menschen resolut in den Mittelpunkt von unserem Wirtschaftsdenken. Am ältesten Think Tank der Schweiz. Im GDI. Gegründet vom visionären Querdenker und dynamischen Unternehmer Gottlieb Duttweiler. Das Gottlieb Duttweiler Institut. Vermutlich die schönste Event-Location am Zürichsee. Where the best minds meet. Die Langeweiler ist ein- und leves, die in die Guntphil finden. Das Gottlieb Duttweiler ist ein- und nutzer Glock.